So, das Lebenszeichen von Morpho, es wird ja jetzt kritisch. So, da hauen wir den auf die Schnauze, genauso wie er hier. So ein cooler Matrix-Sprung. So, jetzt müssen wir auch schnell weiter. Haben jetzt ein Checkpoint erreicht. So, das wird nicht leicht. So, da hauen wir den auf die Schnauze. So, da hauen wir den auf die Schnauze. So, trittbare Polizei, die mich irgendwie außerhalb der Fecht setzen. So, wir müssen schnell hin. Irgendwie klappt das. Wir müssen uns verlieren, wenn wir uns nicht beeilen. Ja, ja, wir beeilen uns. So, werfen den weg. Das funktioniert irgendwie. Keine Ahnung. Da laden wir unsere Energie drauf. So, da hinten sind noch welche. Wir haben nicht viel Zeit. Jagen wir den Aufzug in die Luft. So, schnell auf zum Aufzug. Und platzieren die Bombe. Haben wir hier den Fähigkeitsbaum freigeschaltet. Keine Ahnung. Was kriegt man jetzt für eine Fähigkeit? Gut, die ist auch gut. Ja bei den Upgrade ich komme mit der Steuerung mit der Tastatur nicht klar, was ist das hier? Das kann ich nicht upgraden, sonst neues nix. Es gibt keinen Löffel. Also auf Dexcom, der Film ist ja urjahre alt, ne? Aber ich finde es immer genial diese Szenen zu sehen, das mit Zeitlupe, die das hingekriegt haben. Ach, jetzt kommt die bescheuerteste Level. So. Was jetzt gibt's? Jetzt krieg ich mal dieses neue, äh, ne. Ja, wir müssen den Agenten ausschalten, wie? Ja. 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 So Bei uns sind die Munition und Waffen ausgegangen Deswegen werfe ich den Agenten mal hier so runter Wo er hinkommt Kann ich nichts anhaben, den Agenten, der ist unsterblich So, das ist auch noch gefallen Ja Jetzt kommt dieser Helikopter an, ja Oh, nee So, jetzt tritt man den in die Ecke So So, dann werfen wir rein Was kommt der dran Hallo Ja, hauen wir auf den Sack Wir verlieren jetzt langsam Morpheus Keine Ahnung So Das war jetzt schlau von mir So So, da kommt schon mal so ein Helikopter So 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 Dann schmeißen wir den Agenten mal wieder runter Von Dach So 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 Dann kommen wir da ein Helikopter So 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 Dann hauen wir den auf Brei hoch So So neue Technik So Dann gehen wir den Granatwerfer Komm schon Schieß ihn ab So Also So So So, da hauen wir den auf die Eier Und dann geht's mal los Ich quatsche auch ein bisschen weniger, weil Ich kann das jetzt so gut mit Let's Playen Ich konzentriere mich so viel auf das Spiel Da hauen wir Ja, da fallen wir hier runter So, jetzt muss der Kugel ausweichen Sie haben keine Chance zu Jetzt muss ich warten, bis er aufsteht Jetzt halt, da haut er mich jetzt hier runter Nochmal So, jetzt müssen wir die ganze Kampagne nochmal spielen Oh ne Ja, tötet den Agenten Wir müssen den Agenten ausschalten So, jetzt müssen wir die Kampagne So, dann gibt's mal ein paar Querschwege Dann hol ich mal die Energie da hinten Wenn er mich mal lässt Gleiche Fehler mache ich nicht So, dann hauen wir den auf die Schnauze Hoffentlich fliegt er jetzt weit genug Oh, Trinity Das mal Ach so, ist gut Oh, falsche Richtung So, fliege nach der anderen Richtung Ach wisst ihr was Leute Ich mache eine Aufnahmepause Ich mache eine Aufnahmepause So, wir sehen uns in dieser Stelle wieder Und dann Wenn ich den Agenten bis hierhin reingehauen habe Und wo wir die Stelle da verloren haben Alles klar in Island Bad Tschüss-Sykowski